Ähm, ja, ich bin's. Ja, ich bin grad hier am Häkeln und ich hab da grad so ein Video gesehen, wie man sowas macht. Und eigentlich ist es mir jetzt ganz gut gelungen. Und jetzt versteh ich endlich, wie das gemacht wird. Nach so 10 Minuten schauen und arbeiten, schauen und arbeiten und ja. Ähm... Ich mach aber eine in pink, weil eine Freundin von mir mag sehr gerne pink und ich will für sie eine Art Poncho machen, in diesem Muster, halt quasi. Aber das ist was anderes. Ja, ähm... Ich hab halt auch bemerkt, grad bei meinem Video vom Verkauf von Puppenmöbel und sowas, also Herstellung vom Verkauf von Puppenmöbeln, hat jemand reingeschrieben, 500 Euro für alle. Ähm... Dann ist mir so ein Klick gemacht, also bei mir ist grad irgendwie Klick gemacht, so, ja, jemand bietet 500 Euro für meine Puppen. Ähm, nochmals... Die Puppen sind nicht zum Verkauf. Ähm... Ich weiß nicht, schaut ihr überhaupt das Video an oder, ähm... Ich weiß nicht, also, ähm... Ne, die Puppen sind nicht zum Verkauf. Und selbst wenn ich die Puppen zum Verkauf ste... ste... äh... darstellen sollte, ich verkaufe die über Ebay und nicht über YouTube. Denn, ähm... Ich weiß nicht, ich hab einige von euch gesehen, ihr habt auch einige von euren Puppen via, ähm... YouTube zu versuchen zu verkaufen. Ähm, ich mach das nicht. Ich verkaufe das über Ebay. Und, ähm... Ja, ähm... Zurzeit will ich gar keiner von meinen Puppen verkaufen. Und wenn, dann stehen die entweder in Ebay oder ich würde es wahrscheinlich auch, ähm...